hallo meine lieben und willkommen bei einer weiteren folge störigen folge hello wir haben beschossen ja genau ja guten tag leute erst mal so dann gleich hier weitermachen gab es irgendwo spatenkern war ich jetzt richtig und noch was ist das schon wieder propagandaturm genau wenn ich heute ich mal was ich aber immer noch nicht hinkriegt ist sehr schön vernichtet das muss ich nur noch würden da kann sein das muss ich ja auch schon muss sein wir haben ja drum gebracht da nicht das was Was? Komm her, du feige Sau. Mal sehen. Geht's hier irgendwo rein, oder was? Eigentlich nicht. Ach, ich hör was. Nee. Komm ich da nicht rein, oder was? So. So, jetzt mal mit Griechen probieren. Oh, die Lok gefunden. Oh, guten Tag. Oh. 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 Das war's so schwer. Oh. Oh, oh. 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 Der Feind bekommt Verstärkung. Ja, irgendwo was. Hacke. Keine Mut zu mir. Was war das? Genau. Es geht ja alles so. Du bist dieser Maschine nicht würdig. Du bist dieser Maschine nicht würdig. Du bist dieser Maschine nicht würdig. Ich sehe dich, der Wolf. Kannst du das auch sagen? Oh, fuck. Wo bist denn du? Du bist dieser Maschine nicht würdig. Du bist der Maschine nicht würdig. Du bist der Maschine nicht würdig. Du bist der Maschine nicht würdig. du mieser rinde alter gibt es ja wohl gar nicht die marines schulden ihnen warst schief alle gestorben wegen mir schön will ja gar noch zeug rum ziel erreicht ja haben erreicht das stimmt diesen scheiß ich muss einen wartenpunkt finden es ist aber Ich habe es vergessen. äh verloren muss da auch schon wo ich habe ihn nur wieder gar nicht Was ist das? muss doch hier irgendwo sein, das Ding schon mal auf der Karte gucken Ah, hier Alles da Die finden wir noch hin Ah, da ist noch dein Wissen Juhu Granaten Mischen wir den Eis oben, ja genau Sehr schön Und dann noch ein Doter So Leute Jetzt sehen wir uns mal Da hin machen würde ich sagen Hier ist ja keiner mehr Aber wir könnten ja theoretisch Können wir auch noch mal hier hin und nun uns auch ein paar Leute Dann schieben wir da rein Quatsch So hin Mischen Schellreise So Aio Putain Junge Aio Können wir uns wieder an die Arbeit machen? Uiuiui Das ist aber... Er war mein Fehler Ich bin ja das hingefahren, nicht du Lass rein Hat da jemand Todessehnsucht? Jetzt gehts doch gar nicht Das ist der Außenposten, das Arsenal der Abrechnung Ein Munitionslager, gut gefüllt und noch besser bewacht Seien sie vorsichtig Na komm her, wo sein? Nichts Was ist das jetzt? Die Waffenkammer auszuräuchern reicht nicht Wir müssen richtig irreparablen Schaden anrichten Sieht so aus, als wäre nicht nur das UNSC nach 6 Monaten Krieg ausgelaugt Ich erkenne nur 3 funktionstüchtige Munitionspressen Ich erkenne nur 3 funktionstüchtige Munitionspressen Seid geahndet Fordert mich nicht heraus Die nächste Lieferung ist in 2 Stunden fettig Arbeitet Ich erkenne nur 3 Na komm, kühl dich ab Boah, krass Ich bin mitgekischt Wo denn? Wer lebt noch? Fähig Fähig Ich darf dich denn aufgeflogen Asherim verlangt eine 50% höhere Produktionsrate Okay, da ist er. Da ist keine Munition mehr, die Scheiße hier. Das hier. Zweite Schicht wegtreten. Dritte Schicht anfangen. Stär. Stärbt. Das ist deutsch. Eure Ehre steht auf dem Spiel. Tötet ihn. Wartet. Beendet ihn. Wir brauchen mehr Metalle für die Produktion. Informiert die Rationfeste. Die Rationfeste. Die Rationfeste. Die Rationfeste. Boah, geht doch kaputt man. Das Ersuchen um zusätzliche Fertigungseinheiten. Das Ersuchen um zusätzliche Fertigungseinheiten. Zeitraum durchzählen. Nirgends zu sehen. Da hinten liegt es. Kann ich irgendwas tun? Machbar als Junge. Gibt es nichts. Die haben mich jetzt abgeschossen oder was? Er hat gesessen auf jeden Fall. Spartan, mein Team und ich haben auf dem Rückweg entlang der nördlichen Kammlinie noch einen verbannten Außenposten entdeckt. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Er scheint zur Waffenproduktion oder Wartung zu dienen, aber es ist nicht eindeutig zu bestimmen. Auf jeden Fall ist er schwer bewacht. Wir bräuchten schon einen ganzen Trupp, Spartan, um da was auszurichten und... Nun, diesen Luxus haben wir nicht mehr. Na komm. Na komm. Schering. Arrrr! Arrrr! Rrrr! Verdammt. Natürlich haben sie eingeschäft. Schenk sicher, ob ihr hier hässlich oder wehrl seid. Wahrscheinlich�prach. Kommt! Fällt euch nicht! Ich hab meine Beute! Achtung! Besorgen! Es ist geschafft! Gah! Spinnt wo oder was? Stirn! Nein! Ich der letzte Fehler! Nichts! Sie sind eine Fördermaschine! Er läuft weg, ich lauf nicht weg, weil ich Angst hab, weil ich keinen sehe von euch! Wie lauten meine Befehle, Chief? Oh! Wir sind noch welche! Oh! Was haben wir denn hier? Oh! Was haben wir denn hier? Wir sind noch welche! Nein! Der hat nicht so viel Schuss! Ich bin bereit! So! Die müssen wir kaputt machen gerade! Oh! 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 Was ist das da hinten? Oh! 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 Wir werden den Ring vom... Wo der andere? Und meine Schrotflinte hin, Junge. Die will ich wieder haben. Nee. So, meine Lieben, die Zeit ist noch vorbei. Das war's schon wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert mich. Und lasst mir ein schönes Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Euer Pepe. Tschüss.